Am 11. Tag nach deiner Haarttransplantation dürfen und sollen die Krusten von deiner Kopfhaut entfernt werden. Befolge diese Schritt-für-Schritt-Anleitung, um Fehler dabei zu vermeiden. Schritt 1. Trage die Lotion auf den gesamten Empfängerbereich auf und lasse sie 15 Minuten einwirken. Die Lotion, die du dafür brauchst, kriegst du selbstverständlich natürlich von uns. Schritt 2. Nach 15 Minuten massierst du die Lotion vorsichtig mit deinen Fingerspitzen in den gesamten Empfängerbereich ein. Hier wirst du merken, dass die Kruste bereits weicher wird und sich auch erste Teilchen schon lösen. Schritt 3. Nach etwa 5 Minuten entfernst du die Kruste vorsichtig mit einem sanften Handtuch, das aber wichtig keine Baumwolle enthält. Und im letzten Schritt spülst du die Lotion mit lauwarmen Wasser ab. Nutze hierzu entweder eine Sprühflasche oder gerne auch einen leichten Wasserstrahl aus dem Wasserhahn. Sollte sich die Kruste nicht vollständig gelöst haben, kein Problem. Wiederhole den Vorgang am 12. Tag einfach noch einmal ganz genauso. Danach sollte dein Kopf vollständig von Krusten befreit sein. Von da an kannst du auch gerne wieder natürliches Shampoo verwenden und deine Haare wie gewohnt waschen.